Willkommen zurück zu Mario Maker 2. Wir spielen das Gourmet Race in der Rhythmik Edition. Yay, ich bin gestorben. Ich mache etwas Neues. Zumindest ist das eine bessere Art von Musiklevel. Als der andere, den wir letztes Mal hatten. Ich glaube, ich muss die Kopfhörer haben. Man muss leicht vorher springen, das ist das Problem. Aber nicht so weit vorher. Ding, 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 ding. Natürlich, eine Brinderei, das muss nicht passieren werden können. Nö, Nein! Hotelputsfrau Ja Mann, ich habe Mommy herumgelxt. Das ist doch mal Castlevania. Das war doch mal ein Level. Super Castlevania Brothers. Ah je. Was? Ich weiß nicht, dass das soll. Wieso kann ich mir noch eine Frage stellen? Wieso kann ich jetzt bewerten, aber vorher irgendwie nicht? Dass er irgendwie einmal neu angefangen hat oder was? Ach, ich glaube ich weiss, dass das soll. Er hat eine gewisse Nacht machen ohne... Eine gewisse Nacht machen ohne dass der Mond dort ist. Ok Selfie bad.. Oh gotto Gotto, gotto tschto, gotto mit Spurzäng. Wo kommt das Lied her? Ist das in der Boss Musik in... Ach das ist wahrscheinlich Final Bass aus... Aus halt einfach da... Oder... Wir sind eigentlich unter Wasser zu Tordedos... Oh Gott, 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 oh Gott! Was gut gewesen wäre, nicht... Hä, was? Was? Gut, ich bin zwar am Anfang schon mal auf... Es drauf geschlungen... Ich habe einfach mit einem Propeller... He, he, he... Ach, ich habe gemeint, das ist... Einen bodenlosen Abgrund... Das wäre aber eine bodenlose Frechheit gewesen... Ich weiss, ich habe gerade die Comedy revolutioniert... Aber... ... 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 Die Deckpoints sind sehr wichtig, aber für etwas gibt es Slopes, für etwas gibt es... Ja gut, Slopes nicht machst, habe ich verstehe, aber mach doch wenigstens, dass es schön aussehen wird. Ja, auch egal. Ja, wow, jetzt bin ich dann tot. Wow, super geschaffen, wirklich perfekt. Irgendwas ist mit diesem Effekt los. Das wollte ich nicht... Er ist einfach immer noch in der Sterbe-Animation. Oh Gott, oh Gott, oh Gott... Castlevania Brothers, abgeschlossen! Ah! Hui! Möded? Huiggytime! Yahoo, du hast dir das Toll verdient. Tschüss und den schönen...